konnte man jetzt runter oder konnte man hier nicht jetzt runter doch hier konnte man runter wir werden auch bald wissen wo das licht hinführt da bin ich nämlich gerade unterwegs ach so stimmt jetzt kam da noch was jetzt einfach tief im inneren der pyramide ja Ja, ich erkläre erstmal, das hier soll den Übergang zum Tod symbolisieren. Also das ist jenseits die Waage dort, steht für sozusagen, also hier hat man das Herz gewogen und wenn das Herz irgendwie, also nicht im Ausgleich war es so schwerer als die Pferde, dann kam der Höllen und da hinten und hat das Herz gefressen. Ja, so war das. Das heißt, wir müssen jetzt quasi darauf achten, dass wir möglichst die Waage ins Gleichgewicht bringen. So, wir haben zwei Wasserflaschen, eine 5 Liter und eine ist... Ah, ich glaube hier gab es einen kleinen Trick. Ja, könnte man umfüllen. Da hat man jetzt irgendwie... ...weniger. Cool, das war es schon. Ich glaube, das kann man nochmal... ...wird, glaube ich, nochmal gewogen. Oder war das jetzt schon alles? Das sieht irgendwie nach Falle aus. Ja, da schreit gerade so nach Falle. Testen wir es mal. Achso, ich muss das verstehen. Was für ein epischer Final-Tempel. Zumindest glaube ich, dass es Final-Tempel ist. Ja, wir müssen es nochmal machen. Hm. Hm, hm. 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 Kombinieren mit 3 Liter, dann haben wir jetzt hier 1 Liter. Ich schmeichere mal, weil wenn wir es falsch machen, dann kommt da hinten der Höllenhund und will uns fressen. Das möchte ich, wenn es geht, vermeiden. Ich versuche nur einen 1 Meter. Vielleicht funktioniert es. Ja. Cool. Ach du Scheiße. Okay, das war auf jeden Fall falsch. Moment, kann man ihn killen? Ich glaube nicht, ein bisschen konnte man killen. Ja, konnte man. Okay, das war offensichtlich falsch. Versuchen wir mal 2 Liter. Vielleicht sind es ja 2 Liter. Nee, 2 Liter sind es offensichtlich auch nicht. Gut, dass das viel nicht sonderlich viele Entdecks kann. Dann bleibt quasi nur noch 3 Liter übrig. Hä? Hm. Was hat es jetzt selbst gemacht? Das ist klasse. Das war's auch nicht. Oh, hat mich das viel wieder getroffen. Dann wird es doch kniffliger. Dann müssen wir jetzt auf 4 Liter kommen. Hm. Hm. Vielen Dank. Wie machen wir das jetzt? Achso, okay. 4 Liter. Das war die 4. Gut. So, nochmal gespeichert. Oh, der Tempel des Urus. Ich glaube, das ist die Final Stage. Ja. Das wird die Final Stage sein. Ich glaube, mehr kann man nicht. Okay, sie wollen es noch ein drittes Mal. Gut, okay. Dann ein drittes Mal. Was mache ich denn? Na, ist es das? Es war der 1 Liter. Ich wusste es irgendwie. Na, wo ist eigentlich mehr geraten gewesen? Okay, wir sind zurück beim Lichtstrahl. Nochmal speichern. Okay. 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 Okay, da fallen wir bloß ganz tief runter. Das heißt, wir müssen hier lang. Dann hier seitwärts raus. Okay, das sind viele God-Mode-Vasen, die können wir nicht zerstören. Hm, ich weiß, was hier später rein muss. Da ist bestimmt später der Ausgang. Okay, da haben wir schon gesehen, das ist die Statue des Hochs. Das heißt, wir sind ganz nah am Ziel. Gut.